Leute, wisst ihr, dass mich mein Handy so dermaßen trollt? Das nächste, was ich kaufe, nach dem Bezieh ist das Handy. Nein, Scherz. Das reicht einfach, aber egal. So, ähm, was ihr hier jetzt nicht sehen könnt, außer ich habe... Ich such grad kurz was. Ähm... Wartet mal kurz. So, ihr bät jetzt wieder. Ich hab jetzt hier eine Taschenmappe. Boah, ich weiß, meine Gemeinde. Ja, das war für die Leute, die mich hassen. Aber die, für die Leute, die mich mögen, ist zumindest falsch verleid. So, euch ein frohe Weihnachten nochmal, nachträglich. Und ja, jetzt ist's los hier. So sieht die Box eben aus. Blau. Hier gepolstert. Wie man jetzt sehen kann, so sieht die Zahn aus, und ihr seht's. Da oben eine Lampe. Hier auch nochmal. Hier habt ihr... Die Lampen links und rechts. So. Hier habt ihr die Lampen, wartet. Da... Wartet. Genau. Hier. Jetzt hab ich gesehen. Und... Äh... Hier links. Hier rechts auch nochmal. Hier oben natürlich dann auch. Und das gleiche ist hier unten auch nochmal. Und hier unten... Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch ein Lampen ist. Nee, du hast jetzt keine Lampe drin, ganz unten. Finde ich, braucht man aber auch nicht, weil's einfach, ja... Nicht, äh... Nicht, äh... Nützlich ist, oder man's einfach gar nicht braucht, finde ich. Was ich jetzt nochmal kurz hole. Oh, ist das viel Bewegung, Leute. Oh, zu dem alten Knackerweiner. Das ist eben der Zettel. Guck mal. Von... Elektron. Ja, Elektron. Maximal Leistung 6,5. Stimmt nicht ganz. Ich hab's selber getestet und nochmal nachgeguckt im Internet. Hat schon ein bisschen mehr. Tiefstöne 2 x 20 cm. Ähm... Impedanz hat... Ist 8 Ohm. Ähm... Der... Der Frequenzbereich 45 Hz bis 20, äh... Quadhertz. Das heißt eben, ähm... Ich bin jetzt kein Fachmann. Also das ist eine Vermutung. Das kann wirklich falsch sein. Ne? Also... Herz ist eben... Höhe und Tief. Das heißt eben... Es geht von... 45 Hz... Bis 20... Ähm... K-Hertz. Also... Ne? Das heißt eben... Alles, was nicht in diesem Bereich der Herz... Was in dem Bereich der Herzzahl ist... Nehmt, äh... Es einfach nicht wahr. Ähm... Die Dezibelzahl... 94 Dezibel. Ihr habt ja gesehen. Ne? Die Dezibel... Wie ihr Daten... 20... Ähm... Das heißt also... Ein Watt... Äh... Eine Minute... Schafft es 94 Dezibel... Äh... Die SPL maximal... 120... 122 Dezibel... Also laut geht's... Naja... Der Horntreiber ist HC-Piezo... Hochtoner sind auch... Wie jetzt so... Hochtoner sind auch... Wie jetzt so... Da ist es... Vielen Dank.